Nintendo hat es endlich getan, sie haben die Nachfolger der Nintendo Switch angekündigt und dieser soll noch im aktuellen Fiskaljahr, also bis März 2025, erscheinen. VRX hat der Präsident von Nintendo mitgeteilt, dass es noch dieses Geschäftsjahr soweit sein soll und damit, naja gut, haben wir jetzt mittlerweile auf fast alle gerechnet. Viel mehr offizielle Informationen gibt es noch nicht, aber das reichte uns schon mal aus, um im aktuellen Gaming Clerks Podcast ein wenig über die neue Nintendo-Konsole zu philosophieren und unsere Wünsche mitzuteilen. Was wir genau da gesagt haben, das könnt ihr jetzt selber hören und sehen. Und ja, richtig gehört, der Gaming Clerks Podcast ist zurück. Falls ihr diesen abonnieren wollt, klickt auf den ersten Link in der Videobeschreibung und beim angepinnten Kommentar, denn ab sofort erscheint dieser wieder wöchentlich. Und falls ihr auch wissen wollt, was unsere ersten Gedanken zur Microsoft-Entlassungswelle waren, dann hört auch schon mal rein in den Podcast. Eine wichtige Anmerkung hier nur noch, der Podcast wurde am letzten Mittwoch aufgezeichnet. Das bedeutet, einige Informationen hatten wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Das sollte man immer bedenken, wenn man sich einen Podcast anhört. Und jetzt, na jetzt, ab dafür. Nintendo hat's getan. Die Nintendo Switch 2 ist offiziell... Also, offiziell, offiziell? Ja. Eigentlich ist es Nintendo-typisch und es wurde via Twitter-Announce. Ja, 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 ja. Nein, wir bleiben bei Twitter. Es ist Twitter. Das überlassen wir nicht, den Laden. Wie ist, wie ist, wie ist, wie ist, wie ist euer, kam das überraschend, die Nachricht für euch jetzt selbst? Also, dass die Nachfolgekonsole irgendwann kommt ja nicht, aber... Nee, irgendwie, weiß ich gar nicht. Irgendwie war das auch nur so ein, es war da, es stand da und dann dachte ich mir, ah, okay. Ich war halt so, wurde halt auch langsam Zeit. Ja, genau das ist es. Ich glaube, das ist auch so mein Problem gewesen, dass es einfach mittlerweile Zeit wird, dass ich jetzt gar nicht so unendlich krass gehypt bin, weil ich mir halt so dachte, naja, also, es wurde jetzt auch einfach endlich Zeit, dass ihr das mal zugibt, dass das Ding existiert, weil wir alle wissen, dass das schon ganz lange in der Mache ist, weil, naja, 2017 ist die Switch rausgekommen, 2015 wurde sie das erste Mal angekündigt, also so neun Jahre nach der ersten Ankündigung mal wieder eine Ankündigung zu haben. Ja, das ist, äh, ist ein gutes Timing, würde ich sagen. Ja, und, ähm, offiziell, wie gesagt, über Ex vom, äh, Präsidenten, 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 Furukawa, genau, ähm, der hat nämlich gesagt, ähm, this is Furukawa, President of Nintendo, we will make an announcement about the successor to Nintendo Switch within this fiscal year, also das Fiskaljahr läuft immer bis Ende März, in diesem Fall Ende März 2025, ähm, it will have been over nine years since we announced the existence of Nintendo Switch. Switch back in March, äh, 2015, we will be holding a Nintendo Direct, ähm, im Juni, im Juni, der ist dann nur so halb gerade, äh, eingebunden, der, der Twitter ist, wird ne Nintendo Direct im Juni geben, und da werden sie nichts zur Nachfolgekonsole sagen. Ja. Das wird später des Jahres passieren. Und ich hab hier erst mal kurz, ich hab drei Hot Takes. Hot Take eins ist, ja, ähm, sie werden bei der Nintendo Direct grundsätzlich zeigen, was für die Nintendo Switch noch kommt, aber. Ja, für das letzte Halbjahr, genau. Ich sag mal ganz ehrlich, ja, es wird nicht um die neue Nintendo-Konsole geben, aber sie werden doch beenden mit so einem kleinen, so einem kleinen Teasing, kleinen Glimp, den Projektnamen, vielleicht auch den Namen, vielleicht werden sie offiziell auch sagen, es wird die Switch 2 oder irgendwas. Vielleicht gibt es auch so ein, also wir sehen noch, vielleicht noch nicht komplett, wie sie aussieht, vielleicht gibt es nur so ein 3D-Render, wo dann so einmal so ein kleiner Lichtschein so darüber kommt, und dann gibt's ein Datum, wann der erste Trailer dafür kommt. Nee, das glaub ich noch nicht mal, weil das, äh, du willst ja noch die Switch 1 vielleicht ein bisschen, keine Ahnung. Ja, die sagen, die bringen, die sagen uns, was noch für Software kommt, aber was kommt denn noch für Software bis Ende des Jahres? Ja, nee, same. Und einen großen Titel werden sie nicht bringen, weil, naja, sie wollen, also, sie wollen dann ja, wenn die nächsten großen Titel direkt als System-Seller für die nächste Konsole haben, also. Aber weißt du, was glaubst du, zeigen sie zumindest einen Teasing, also irgendwas Teasing-mäßig, oder erfählen sie das Ding wirklich gar nicht? Ich sag, machen gar nichts. Wir erwähnen's nicht mal? Nee. Also, die sagen halt vielleicht so, hey, ihr wisst ja, ähm, die Nachfolgekonsole ist in Arbeit, hat ja Präsident Furukawa schon gesagt, aber wir zeigen zum späteren Zeitpunkt das. Werden sie das zumindest sagen? Ja, doch, das kann ich mir vorstellen, ja. Weil das ist, also, so komplett tot, schweigen wir ja auch ein bisschen weird. Also, ich glaub tatsächlich, dass May, äh, am realistischsten, äh, daran geht, wenn sie sagt, ich, äh, erwarte wirklich gar nichts, gar nichts, tatsächlich. Ich bleibe dabei, und das ist auch immer, das ist, glaub ich, so weiterhin dieser letzte kleine Funken Hoffnung, den ich noch in mir habe, wo auch immer der herkommt, keine Ahnung. Ähm, eben, dass sie das machen, wie ich das gerade gesagt habe. Das wäre so das, was ich mir, das ist das, was ich mir wünschen würde. Sagen wir mal lieber so, das ist das, was ich mir wünschen würde, dass sie, wie gesagt, vielleicht diesen Mini-3D-Ränder geben, äh, und man nur so erahnen kann, wie sie aussieht. Spoiler, sie wird aussehen wie die Switch. Na? Sie wird sehr wahrscheinlich aussehen wie die Switch. Ich hab, ich weiß nicht, wie legit das war, ähm, aber ich habe vor zwei Wochen, glaub ich, was gelesen, dass gewisse Entwickler die Konsole schon einmal anfassen durften. Auf der Gamescom letztes Jahr angeblich, ne? Da haben die nämlich, da haben die wohl eine, ähm, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes so eine Blackbox einfach mitgebracht. Sie durften die Konsole nicht sehen. Sie durften aber in diese Blackbox reingreifen, um ein Gefühl davon zu bekommen, wie die Switch sich anfühlt oder das Dev-Kit sich anfühlt. Wollen wir mal ganz kurz, es gab doch mal, Entschuldigung, mehr, ja? Alles gut, äh, ich wollte nur sagen, ich kann immer, ähm, Nintendo hat doch immer dieses Feature von, die machen immer irgendwas Neues, irgendwas Cooles, irgendwas, was so ein bisschen anders ist. Und ich find die Switch geil und ich würde mir einfach nur einen direkten Nachfolger dazu wünschen, der dasselbe kann oder besser gesagt besser ist. Ja, ja. Aber irgendwie würde mir auch was fehlen, wenn da auf einmal kein komisches Gadget mit dabei ist. Ja, also sie, also das, was ich da rausgelesen habe, war wohl, sie ist größer als die aktuelle Switch. Sie ist nicht so groß wie ein Steam Deck, ähm, und die Joy-Cons werden wohl magnetisch sein. Das sind die Dinge, die ich da irgendwie rausgelebt, oder die da drinnen stand. Ich weiß nicht mehr, bei welchem das war, ob das, ist, glaub ich, nicht das Lenovo Legion Go gewesen, aber irgendeines davon hatte das auch so. Ich hab gerade versucht, einmal zu googeln, ob's irgendwo mal die, ähm, Konzeptkonsolen von der Switch gab, aber ich, find ich gerade auf den ersten Blick nicht, ich google gleich nochmal kurz weiter, ähm, weil einfach diese Konzeptkonsolen, da war, glaub ich, ich weiß irgendwie nicht, ob's die Switch war, da war auch so ein Dev-Kit dabei, und dann konnte man so ein bisschen sehen, wie das aussieht, und die sehen halt komplett unspektakulär eklig aus, ähm, weil das einfach, also die von Microsoft sind einfach so eine hässliche Box. Vorbei, die, 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 die Dev-Switch sah tatsächlich relativ ähnlich aus wie die Switch, und ich wollte unbedingt mal eine haben, weil die, weil die komplett, also die war halt komplett schwarz, die sah ultra aus. Genau, aber es geht mir um diese Pre-Announcement-Death-Kits, die noch nicht zeigen sollen, wie die Konsole aussieht. Die nur für die Entwicklung quasi sind. Ja, die sehen, die sehen immer ultra unspektakulär aus, also auch verständlich, warum. Ja, ich weiß das auch nicht mehr, genau, weil der PS5 war das ja auch so eine ganz ekelhafte... Genau. Das sieht ja schlimm aus. Ja, ja. Ja, ja. Wir können mal auf den, äh, ich zeig euch die nochmal so komplett, oh, up. Bei Eurogamer, die haben das damals gezeigt, genau, das war ja so die, die Playstation-5-Death-Kits. Ja. Und die sahen ja richtig schlimm aus. Ja. Und die haben auch nichts mit dem finalen Design zu tun. Das war so ein V für die Leute, die jetzt nur den Podcast hören, ähm, kleines, kleiner, kleine Info, wir haben diesen... Mach mal den, damit die Leute, die es auf YouTube sehen. Diesen Part vom Podcast haben wir auch als Videopodcast einmal kurz hochgeladen, damit die Leute auch auf YouTube wieder wissen, dass wir wieder da sind. Jau. Ähm, das ist ein V, das in der Mitte aber eine Vertiefung hat. Mhm. Ich weiß nicht, wie man das sonst beschreiben soll, dieses Ding. Sieht wirklich aus... Sieht irgendwie aus den 90ern, so. Sieht aus wie eine Mischung aus einer sehr großen, ähm, Dunstabzugshaube, aber auch wie so ein, äh, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Kennt ihr das bei so, äh, bei so Hot Rod-Autos, wenn die so aus der Motorhaube, wenn da so ein Ding rauskommt, so ein Kühler oder so, was auch immer das ist? So sieht das aus, finde ich. Genau, und dann haben natürlich Leute aus diesen Leaked-Bildern so, oh, so könnte die finale Konsole aussehen gemacht. Und dann, äh, so kamen die ja natürlich nicht. Ja. Ich hab das nur gerade groß, deswegen, ähm, aber das in etwa wäre ja, war das Design. Ja. Hier sieht man ja dieses Death-Kill auch nochmal, es ist halt wirklich... Ganz ehrlich, die originale, die richtige PS5 ist auch einfach hässlich. Oh. Hey. Oh, da wird jetzt ein Take. Hey. Ich find die nicht schön, so. Die ist viel zu groß. Hä? Findest du? Voll das tolle Design. Ich find sie... Auch, dass man die hinstellen kann, auch wenn man's lieber nicht machen sollte. Ich find das super. Ich find sie auch zu groß, ich find sie nicht hässlich, aber sie ist zu groß und dadurch unpraktisch. Ja, also die ist halt ganz klar danach designt, dass du halt, äh, ein sehr cleanes Setup hast, ein sehr cleanes Wohnzimmer und dass dann diese Konsole ein Design-Element innerhalb dieses Raumes sein kann. Ja, und die Xbox... Was halt in 90% der Fälle einfach nicht der Fall ist. Und die Xbox Series X explizit ist eine Konsole, die absolut unscheinbar irgendwo im Hintergrund und die ist einfach funktional. Das find ich auch sehr angenehm. Finde ich sehr angenehm. Vielleicht war hässlich, aber auch grad einfach ein bisschen zu hart, aber... Nee, 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 hier wird nicht zurückgerudert. Hier wird nicht zurückgerudert. Du hast hässlich gesagt, die Sony-Fanboys mögen dich jetzt nicht mehr. Wobei das ja eh so ein Gaming-Clocks-Ding ist, je nachdem, was wir machen, sind wir Sony-Hater, Xbox-Hater oder Nintendo-Hater oder Fanboy, 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 Fanboy. Ja. Ähm, naja, weiß was ich. Ich kann's auch nicht allen recht machen. Anscheinend auch niemand. Das ist auch vollkommen okay. Ähm, nee, genau. Ich hab einfach... Wie sahen denn die Dev-Kids von der Nintendo Switch aus? Also wie gesagt, ich kenn halt nur die Standard-Dev-Kids, nicht diese Pre-Release-Dinger. Und die waren wirklich... Die sahen eigentlich relativ gut aus. Genau, die war hinten, glaub ich, relativ dick. Da waren die Anschlüsse noch ein bisschen anders verbaut. Aber ansonsten war die, glaub ich, so all black. Also die hatte eigentlich auch Joy-Cons. So wie ich mich richtig erinnern kann. Also ich bin gerade verwirrt. Also die normale Switch ist doch auch all black, oder was? Nee, die ist grau. Ja, die ist grau. Die Dev-Kids, die ich damals gesehen hab, die waren wirklich richtig schwarz. Und das sah ziemlich sick aus. Und da war ich so, warum gibt es das nicht für mich? Ja, die offiziellen Dev-Kids von der Nintendo Switch hatten halt logischerweise... Die waren halt einfach so am Tablet selbst so ein fettes Dock hinten dran, sag ich mal. Genau. Wo einfach die Zugänge dran waren, was Entwickler brauchen. Die brauchen ja den konsequenten Netzwerkzugang und so weiter, weil die Spiele nicht direkt auf der Konsole liegen. Oder du zumindest die Dev-Builds hin und her schiebst. Yada, yada, yada. Geht ein bisschen weit. Die sind ja nicht dafür gedacht, dass man praktisch damit durch die Gegend geht. Sondern die sind einfach nur dafür gedacht, schnell Visionen, Hotfixes, Updates und so weiter von der Vision 0.01 oder was auch immer man da gerade rauf spielt, rauf zu hauen, damit man einfach gucken kann, ob das, was man da baut, funktioniert. Mhm. Aber ich hab leider, leider hab ich, ähm... Es gab irgendwann mal sowas, dass Nintendo einfach alte Konzeptkonsolen gezeigt hat, aber es war für die Switch. Stimmt. Stimmt. Was ist denn... Das Ding wird ja relativ bald dann in eine Produktion gehen. Ich geh davon aus, dass wir deswegen Step-by-Step mit Leak-Bildern zugeschissen werden, über die wir immer diskutieren können, ob die echt sind oder nicht. Aber was ist denn so eure realistische Erwartung an, das möchte ich bei der Switch 2a auch eigentlich oder der Nachfolgekonsole haben und das... Ja, nö, das... Nee, ganz gerne... Abwärtskompatibilität. Ja, gut. Das ist bei Nintendo nicht unbedingt selbstverständlich. Aber das ist etwas, was mir sehr wichtig wäre. Ja, das verstehe ich auf jeden Fall. Da geh ich auch mit. Ähm... Ich weiß schon, dass wir das Feature nicht bekommen werden. Ich hab's hier oder hier irgendwo schon rausgelesen. Leute haben das schon gesagt. Weiß jetzt auch nicht, wie sehr man sich darauf verlassen kann. Aber ich bin mir sehr sicher, dass Nintendo da auch einfach wieder seine komischen Nintendo-Dinger macht. Ich hätte gerne von Anfang an einfach ein OLED-Display da drin. Aber ich glaube nicht, dass sie ein OLED-Display verbauen. Gehe ich ganz stark von aus, dass... Rösslich nicht im Jahr 2025? Ich muss die kurz auf den Kalender kommen. Nee, wir reden immer noch von Nintendo. Ich glaube, das wird, äh... Das Display wird vielleicht ein bisschen besser sein, als das von der jetzigen Switch. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass dann halt irgendwann die Switch 2 OLED auch angekündigt werden wird. So. Nee, die gehen direkt OLED. Also ein paar Standards... Doch, ein paar Standards müssen die gehen. Na, bis Nintendo. Ich würd mich nicht drauf verlassen. Ja, aber du hast ja die Nintendo... Also, was sie weiterhin machen werden, ist im Rahmen des aktuellen Preisgefüges eine, in Anführungszeichen, bezahlbare Konsole rauszubringen. Also, die werden nicht High-End-All-Spec-Out gehen. Also, ich geh auch davon aus, dass sie nicht 500 Euro kosten wird. Ich geh aber davon aus, dass sie in der Theorie... Ich glaube nicht, dass das Spiel kommt. Aber in der Theorie stark genug sein könnte für eine hässliche Version von GTA 6. Boah, GTA 6. Ja, 5 brauchen wir nicht drüber reden. Oh, boah, uh, oh. Ja, es ist ein wilder Hot-Tag. Aber lass mich kurz erklären, worauf ich hinaus möchte. Ende des Jahres kommen ja, höchstwahrscheinlich von beiden anderen Herstellern, die, ich nenne sie mal Pro-Varianten, die Mid-Gen-Konsolen von der PS5 und von der Xbox... Series X. Courtney in Brooklyn? War das Brooklyn? Keine Ahnung. Habe ich schon wieder vergessen. Die Tonne. Ja. Die wirkliche Tonne. Mal gucken, ob die wirklich auch so kommt. Aber ich geh davon aus, dass die im Sommer announced wird bei dem großen Xbox-Livestream. Und so, die kommen auf jeden Fall. Das heißt also, das sind ja auch die, in Anführungszeichen, GTA 6-Konsolen, wo beide sagen wollen, hey, spiel GTA 6 auf dieser Konsole, das ist nicht perfekt. Bla, 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 bla. Übrigens, mal gucken, ob noch eine andere Xbox Series S-Variante auch nochmal... Oder ob du einfach drei hast. Du hast S, X und dann... X-Pro? Ja. Nee, ja, das Problem ist, nach dem X kommt nicht mehr viel, ne? Nee. X, Y. Ja, mal gucken, was es kommt. Und meine Theorie ist ja, dass irgendwann nochmal ein P kommen könnte für irgendeine portable Cloud-Konsole. Mal schauen, ob das wirklich so ist. Aber, so, das heißt also, du wirst ja GTA 6 auf der jetzigen Series X und der PS5 ja eh schon in einer... Ist wahrscheinlich 1440p mit Upscaling, 30fps-Log und weiß Gott, wie gut es läuft, aber es wird so eine, das ist meine Vermutung, so semi-geil laufen. Ich glaube, es wird schon auch gut auf deinen aktuellen Konsolen laufen. Glaubst du? Ja, glaube ich schon. Glaube ich schon. Ja, doch. Doch. Also, schon so, dass man es gut spielen kann, aber so die High-Quality nicht ganz. Ja, ich hab GTA 5. Also, sind wir mittlerweile endlich mal am Standpunkt angekommen, wo halt Spiele auch nur noch für diese Konsolen entwickelt werden? Es fängt so langsam an. Es fängt so langsam an. Ja, wir bewegen uns ja schon wieder weg. Ja, aber irgendwie hab ich das Gefühl, dass wir immer noch nicht so wirklich richtig in der Next-Gen-Era angekommen sind. Also, das ist nur mein Gefühl. Die ist aber schon relativ alt. Diese Next-Gen-Era. Ja. Ja, aber wir haben die alten Konsolen halt noch echt lange mitgezogen. Ja, das Problem ist, dass die alten Konsolen die ein bisschen verzogen haben, was die Generationen angeht. Also, die Xbox One war ja gar nicht so. Aber die Xbox 360 PS3-Zeit war ewig lang. Ja, die war ewig lang. Aber auch die PS4 wurde noch sehr lange mitgezogen. Ja, aber so erfolgreich. Also, worauf ich hinaus wollte, ich spring mal kurz zurück, ist halt einfach, dass ich mir vorstellen könnte, dass irgendwie ein GTA 6 auf dieser Konsole laufen könnte. Es kommt eh nicht. Also, ich glaube, Rockstar Games released das never ever. Vielleicht machen sie ja Chinatown Wars 2. Weil, ich meine, die PC-Version kommt ja schon ein halbes bis Jahr später als die Konsolen-Variante. Also, deswegen braucht man eine Nintendo-Variante überhaupt gar nicht. Was natürlich ein Punkt sein könnte, ist, dass das Thema Cloud-Gaming vielleicht dann doch eine Relevanz haben könnte. Oh ja, stimmt. Und du so den Bogen schaffst zu, ey, GTA 6 gibt's dann doch tatsächlich auf unserer Konsole. Ja, stimmt. Ich meine, sie haben das ja immer weiter gepusht. Und es gibt ja so einige Titel auf der Switch, die nur über Cloud-Gaming spielbar waren. Das ist ja theoretisch kein neues Feature, das stimmt. Und es gab immer mal so die, Gerüchte will ich's nicht nennen, aber Mutmaßungen, dass die Kooperation zwischen Microsoft und Nintendo enger werden könnte, punkto eben Cloud-Gaming. Dass Nintendo sagt so, okay, ja, Cloud-Gaming ist ein Thema, wir wollen da mitspielen. Einen eigenen Service zu installieren, schaffen wir nicht. Wir brauchen da eh einen starken Partner. Entweder wir brauchen dafür Google, Amazon oder Microsoft wegen einfach der Server-Architektur. Und dann war ja immer so die Theorie, wenn sie's tun würden, könnten sie ja vielleicht direkt mit Microsoft zusammenarbeiten. Und Microsoft hat ja eh Bock, ihre Spiele eh auf den anderen Plattformen auch zu bringen. Das wär schon ein guter Fit. Und ich glaub, für die Nintendo-Spieler selbst wäre es die beste Lösung, weil größter zu gewinnen. Ja. Ja. Weil Amazon Cloud-Gaming ist halt, hm. Naja. Gibt's Luna mittlerweile in Europa? Ich glaub nicht. Gibt es Luna noch? Gibt es Luna noch? Luna gibt es, soweit ich weiß noch. Aber das wurde doch für Europa freigeschaltet. Haben wir ein Video drüber gemacht. Ja, aber wurde das nicht auch wieder kurz pausiert? Das hab ich nicht mitbekommen. Amazon Luna, Cloud-Gaming von Amazon. Ich hab das sogar ein bisschen ausprobiert. Das gibt's ja wirklich. Das gibt's ja wirklich. Das ist ja verrückt. Verträge stornieren. Hä? Fündigung deines Abonnements. Das ist ja geil, dass das direkt in der... Aber... Ja, anscheinend. Aber wie komm ich denn auf... Ah, hier, Luna. Du hast ja recht. Ha. Das ist ja... Wow. Wow. Sag mal. Aber... Hat... Also, hat... Also, hat jemand... Also, hat jemand... Nee. Hat hier jemanden, der Luna hat? Ich hab... Nee. Ich hab nicht mal... Ich glaub, ich hab nicht mal von Amazon eine Mail bekommen. So, hey, übrigens, Luna ist jetzt verfügbar. Also, ich wusste... Wir haben ein Video darüber. Ich weiß das. Ich weiß das. Ich weiß das. Ich dachte nur, das ist so in der Beta-Soft-Launch-Phase. Krass. Nee. Die haben das richtig überleast. Wild. Hab ich nichts von mitbekommen. Ich hab auch überlegt, das zu benutzen, weil mein PC halt einfach scheiße ist. Aha. Ja, aber kannst du nicht... Also, ist... Okay, eigentlich müsste man es mal mit xCloud vergleichen. Genau das. Kann ich den Luna-Controller in Europa kaufen? Kann ich den in Europa kaufen? Scharte dein Gratis-Zeitraum von Luna. Tja. Entschuldigung. Ja, äh... Nö, mach mal. Äh, Luna-Geräte. Luna-Controller. Ja. Die kann ich sogar kaufen. Der Schnullose-Controller mit Handy-Halterung auch noch dazu. Und dann auch direkt mit dem Fire-TD-Stick 4K Max. Ist ja Wahnsinn. Geil. Ja, das... Ha. Müssen wir vielleicht mal angehen. Ich bin ein wenig überrascht. Ja, same. Deswegen bist du hier. Schön. Schön. Okay, aber... Hast du jetzt eigentlich sinngemäß... Ich mach dieses Luna-Bild weg. Du bist einfach geflasht davon. Ja. Hast du denn sinngemäß gesagt, was du von der Switch 2 selbst erwartest? Ach so, ja. Ich hab gesagt... Ich hab gesagt, ich wünsche mir ein OLED-Display. Ich gehe davon aus, dass wir keins bekommen. Ja. Ähm, ich... Also, ja, gut, offensichtlich verbesserte Leistung. Wow, Surprise. Ähm... Aber ist eine gute Frage. Ist wirklich eine gute Frage, weil... Ich find die Switch, so wie sie ist, eigentlich tatsächlich eine sehr coole Konsole vom Konzept her. Und eigentlich wäre ich schon sehr glücklich damit, wenn sie einfach halt auf den aktuellen Standard mal angehoben werden würde. Ähm, ich weiß nicht, ob sie für mich zwingend größer sein müsste, weil die Switch selber ist schon sehr groß. Und ich hab's jetzt auch nicht viel im Handheld-Modus benutzt, bin ich ehrlich. Ähm... Ja, abweitskompatible Kompatibilität. Ich glaube ansonsten, ich bin damit eigentlich relativ fein. Also, Nintendo muss die Konsole halt einfach nur verbessern. Ich finde, die haben mit der Switch ein cooles Konzept rausgebracht, was eigentlich sehr gut funktioniert. Würde das auch ein bisschen vermissen, wenn das nicht mehr geht. Aber es muss ja irgendein Nintendo-Ding mit drin sein. Ja, was ist das Nintendo-Ding? Das ist die große Frage. Ganz kurz zu mir. Ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass es eine modernere Konsole wäre. Und sie dadurch einfach noch besser zu benutzen wäre. Das bedeutet zum Beispiel, wenn wir mit Basics anfangen, dass der USB-C-Port unten einfach ein richtiger USB-C 3.2-Port ist. Das heißt, dass ein Dock nicht mehr gekauft werden muss. Sondern die ist einfach mit jedem USB-C auf was auch immer HDMI-Kabel einfach Dockbar grundsätzlich. Ja. Das ist meine Erwartung. Ordentliches Bluetooth. Ja. Ordentliches WLAN. Ja, LAN-Adapter bitte direkt mit im Dock verbaut. Nö, brauchst du ja nicht. Ich hätte gerne in meinem Dock einen LAN-Adapter. Ich möchte mir nicht einen USB-Auf-LAN-Adapter kaufen müssen. Ja, ihr habt recht, dass ein ordentliches Dock direkt dabei ist. Aber wenn USB-C 3.2-E eingebaut ist, kannst du ja jedes USB-C-Dock benutzen und hast einen LAN-Adapter. Deswegen wollte ich gerade sagen, muss nicht mal fest verbaut sein. Klar, aber ich möchte an dem Dock. Die, die in der Box ist. Genau, da möchte ich das haben. Weil ich möchte nicht in dieser Box dann diesen LAN-Adapter noch reinmachen müssen. Das finde ich immer doof. Was ich mir, was ich sonst noch wünschen würde, wäre, wie gesagt, ordentliches Bluetooth, ordentliches Wi-Fi. Wi-Fi 6E mindestens wäre schön. 7, aber 7, glaube ich, wird es nicht. 6E wäre schön. Ich komme ja auch gleich darauf zurück, warum ich das cool finden würde. Ansonsten guter interner Speicher genug. Ja. Ich würde mir, ich weiß nicht, ob ich es kriege. Ich würde mir eine 5G-Variante bis heute wünschen mit einer X-SIM-Variante. Weil einfach dieser portabler Aspekt ein bisschen verloren geht, wenn ich einfach nicht online sein kann, wenn ich draußen bin. Und Hotspot mit dem Handy ist einfach nicht so geil wegen Latenz und Gedöns und bla. Ähm, und ansonsten, klar, mehr Grafik-Power, Tegra-Chip, bla, bla, bla. Und ich, ja? Ja, ja, äh, Waltersger, Waltersger, falls es mir eingefallen ist, ähm, neben dem ganzen offensichtlich mehr Leistung, bessere Akku, bessere Verbindungen, bla, bla, bla. Ähm, sie werden ja hoffentlich, äh, ihren eShop jetzt immer weiter ausbauen und den hoffentlich nicht, wie bei allen anderen Konsolen, wo sie es vorher auch gemacht haben, den killen. Ich hoffe, der ruckelt nicht. Äh, ja, genau. Ich hoffe, dass sie nicht mehr diesen komischen, der irgendwie auf einem Webbrowser basiert und je voller und älter der geworden ist, desto schlimmer ist der gewesen. Der war ganz am Anfang der Switch-Laufzeit. War der eShop echt fein. Wenn du den jetzt öffnest, ach du meine Güte, dauert das ewig, bis da irgendwas geladen wird. Und da sie ja ihr Online-Angebot immer weiter ausgebaut haben, auch mit diesem Online-Erweiterungspacks und dem ganzen Gedöns, gehe ich davon aus, dass sie das halt beibehalten werden, erst mal. Aber dann bitte macht's besser. Bitte überarbeitet das mit der neuen Konsole direkt mit. Ich hätte noch einen kleinen Mini-Hottake. Wenn sie WiFi 6e einbauen in das Ding oder vielleicht auch da ein eigener kleiner Chip noch mit drin hängt, ist es theoretisch auch ohne Probleme möglich, dass sie In-House-Streaming hätte und sie ein bisschen das Wii U-Konzept zurückbringen, dass du sagst, du zockst zwar mit der Switch ganz normal auf dem Sofa, kannst aber den Bildschirm spiegeln auf dem großen Fernseher. Technisch überhaupt gar kein Problem mehr in diesem Jahr. Also das ist auch schon vor fünf Jahren nicht große Hürde gewesen, aber teurer. Aber mittlerweile durch WiFi 6e oder sogar 7 ist das einfach von der Latenz und auch von der Bildqualität gar kein Problem. Wirklich, ne? Also das ist wirklich überhaupt gar kein Problem. Das würde ich mir wünschen als Gimmick, so nenne ich's mal. Und dann überlege ich mir so, was könnte noch ein Gimmick sein, was irgendwie auch funktioniert. Weil das Nintendo Switch-Gimmick war ja, du hast eine Konsole, die du mitnehmen kannst. Das war das erfolgreiche Nintendo-Gimmick bei der Switch. Und bei der Switch 2, ich könnte mir halt vorstellen, das Wii U-Konzept kommt dementsprechend so ein bisschen dann zurück. Auch mit asynchrones Gaming und so weiter, weil dann könntest du auch, ein Nintendo-Land könnte wiederkommen. Genau, aber sonst? Nintendo-Gimmicks? Irgendeine Idee? Absolut, keine Ahnung. Vielleicht wird die Switch 2 auch irgendwie nicht nur der Nachfolger der Switch, sondern auch die Fortführung vom DS und wir bekommen einen zweiten Screen. Wer weiß. Ja, aber das wäre ja mein Streaming. Achso, ja, aber vielleicht ist es wirklich, du nimmst die Konsole und du kannst es vielleicht aufklappen. Und dann hast du einen zweiten Bildschirm. Also dann hast du wieder den, dann ist es die Nintendo Switch DS. Der Nintendo Switch Dual Screen. Aber vielleicht wird sie auch faltbar wie das Samsung. Oh, ja. Haben wir nicht gerade gesagt, dass Nintendo-Konsolen bezahlbar bleiben sollen? Stimmt. Haben wir da nicht einen Take? Da sind, glaube ich, die... Weil das, glaube ich, wird nicht passieren. Nee, da sind die, glaube ich, tatsächlich noch zu teuer für die faltbaren Bildschirme. Ja, ich würde aber einfach sagen, wir gucken mal, was passiert. Und ich glaube, wir werden von Leak-Bildern zugeschissen, als gibt's kein Morgens. Einerseits das, andererseits, glaube ich... Also ich bin gespannt. Entweder wird das wirklich einfach die Switch sein in... Besser? Also entweder genau das und dann werde ich mir denken, okay, ja, ist cool. Oder es wird irgendwas Nintendo-mäßiges sein, wo wir uns einfach denken werden, ja, okay. Vielleicht denken wir sogar, ja, echt cool. Ich bin gespannt. Also ich bin open for Surprises auf jeden Fall. Eine Sache gebe ich noch. Der Release-Zeitpunkt ist ja nicht klar. Aber wir hatten ja schon in vielen Videos gemutmaßt, dass es so sein wird, sie werden's von der normalen Switch adaptieren. Und alles sieht auch danach aus, dass es genauso passiert, dass wir im November ein Teasing bekommen werden, wie damals bei der Switch, wo gezeigt, Oktober, November war das. Oktober, November, ich glaube, Ende Oktober war das, ja. Wo sie einfach gezeigt haben, so, das ist das Konzept der Nintendo Switch, so sieht die Konsole aus. Genau. Und dann haben sie im Januar die Konsole vorgestellt und gesagt, im März erscheint sie mit Legend of Zelda. Genau. Also das Copy-Pasten, die Save, das ist mein Feeling, weil sie sagen ja auch Fiskaljahr und März passt. Also es ist, glaube ich, das Weihnachtsgeschäft kriegt noch die alte Switch und dann geht's rüber. Vor allem erscheinen da ja höchstwahrscheinlich zwei neue Konsolen-Varianten, da braucht man, wir werden die nur so rein. Wobei, ist eigentlich schön, weil es wäre so Good Old Days, wenn alle drei Konsolen gleichzeitig erzählen. Ein Teil von mir würde sich das wünschen, aber ich glaube, das machen sie einfach nicht. Glaube ich auch noch. Gibt Sinn. Und dann habe ich noch ein Take, ich glaube, sie bundeln's mit einem 3D-Mario. Ja, höchstwahrscheinlich. Also nicht bundeln, aber ich hasse es so sehr. Sie bundeln's nicht, sondern 3D-Mario ist ready for release, wie damals Zelda. Genau, und ich hasse das so sehr, weil da öffne ich jetzt quasi ein ganz kleines Thema, auch für den Podcast theoretisch noch. Ich habe aktuell schon seit längerer Zeit das Problem, dass ich aus dem Gaming-Bereich sehr rausgeglitten bin irgendwie. Ich habe wahnsinnige Probleme damit aktuell Spaß im Videospielen zu bekommen. Ja, das kennt jeder. Und genau, genau, ist ein altbekanntes Problem, das wird sich auch wieder ändern. Ich hatte das ja selber auch schon oft genug, nur mittlerweile hält das schon relativ lange an. Und dann ist jetzt dieses Switch 2 halt angekündigt worden, also angekündigt worden, dass sie angekündigt werden wird. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, ich bin aktuell so disconnected davon. Ich werde wahrscheinlich FOMO so oder so haben. So, davon sind wir ja auch irgendwie alle ziemlich betroffen. Aber ich habe mich wirklich gefragt so, okay, aber wie sinnvoll wäre diese Konsole jetzt wirklich für mich in meinem aktuellen Zustand? Wird sich das nicht lohnen? Was für ein Spiel müssten Sie mit der Konsole rausbringen, um mich zu überzeugen? Und ich habe halt wirklich da gesessen und gesagt, nee, ich hätte wirklich gerne Mario Odyssey 2. Also, es ist, pass auf. Sie werden 3D-Mario bringen. Das glaube ich, also erstens glaube ich, das ist safe, weil es wäre einfach klug, weil sie haben es damit mit Zelda gemacht. Neues Zelda ist zu früh. 3D-Mario ist lange her, wäre mein safe Call. Und das nächste Mario Kart und Co ist auch nicht lang, lässt auf sich lang warten. Übrigens, im ersten Releasejahr wird es Hot Take. Vielleicht gar nicht so hot, aber es fühlt sich nach einem Hot Take an, bin ich ehrlich. Im ersten Releasejahr wird es Metroid Prime 4 geben. Ja. Das hast du von mir geklaut. Und die andere Sache, ein paar Nintendo Switch-Klassiker werden vielleicht so upscaled dann auch nochmal kommen. So Smash Bros und so weiter, würde einfach sagen, hier ist die neue Switch-Variante in höherer Auflösung und so weiter und so fort. Vielleicht, ich weiß nicht, ob sie sich trauen, vielleicht teasen sie ja auch am Ende der Nintendo Direct im Sommer, dass sie sagen so, jo, wir teasen nicht explizit die neue Konsole, sondern sie sagen, die neue Konsole kommt. Und sie wird übrigens mit vielleicht diesem Spiel kommen oder vielleicht nur ein Teasing und so weiter, dass sie Logo-Reveal macht oder nicht mal Logo-Reveal oder sie sagen einfach nur, es kommt mit dem Mario. Ja. Das ist nur so ein Splash-Screen und so weiter. Das kann ich mir auch noch vorstellen, so um die Leute komplett so. Und was ich sagen wollte, deswegen habe ich die gerade so komisch angeguckt, ist halt, es ist egal, welches Spiel sie announce. Und wenn sie gar kein Spiel haben, du kaufst dir die eh Tag eins. Das ist so eine Prinzip-Nummer. Das wird sich zeigen. Das wird sich zeigen. Also aktuell würde ich sagen, ich kauf sie mir nicht Tag eins. Das wird sich echt zeigen müssen, wie sich mein Zustand bis dahin verändert hat. Und wenn die ein Spiel announcen oder es ein Hype entsteht und diese Firma neigt dazu, Leute mitzuziehen, dann wirst du da stehen und sagen, ich habe sie doch erst mal vorbestellt. Oder es passiert Folgendes, jemand in dieser Firma hat drei vorbestellt, weil ich wusste, ob er sich bei Otto, Amazon und Ding begonnen hat. Dominik, die kommt jetzt zweimal. Naja, dann nehme ich da drauf, Alter. Weil das ist ja auch so, selbst wenn sie sagen, das Geld kannst du mir auch nächste Woche zurückgeben oder so, das ist alles okay. Weil dann fällst du. Ah, ja, das ist ein sehr fairer Punkt. Das ist ein sehr fairer Punkt. Da bin ich aber auch sehr glücklich drüber, muss ich sagen. Du hast dich gerade erschreckt, weil du so geschrien hast. Das ist laut auf den Ohren. Bist du? Ja, bitte? Ich habe mir die Switch damals ja nur wegen Animal Crossing gekauft. Also das heißt, ich habe die gar nicht so Uli's gehabt. So, und wenn sie das tun. Wenn ein neues Animal Crossing kommt, dann kaufe ich die Switch. Ja. Und in der Theorie können sie ja quasi den Killer-Lounge machen. Sie können halt sagen, so die Spiele, die so innerhalb der ersten zwölf Monate kommen, ist... Ah, das... Wobei Mario, also Animal Crossing ist halt fertig und schon lange fertig. Das heißt, der Nachfolger ist auch schon länger in Entwicklung. Und so ein 3D-Mario, ein Animal Crossing und ein Mario Kart... Oh stimmt, seit 2020 ist Animal Crossing gekommen, ja. Und wenn sie wirklich diese Teufelsdreier-Enouncement machen, 3D-Mario, Animal Crossing, Mario Kart, bist du im Arsch. Und schön, dass du es auch noch gesagt hast, Mario Kart ist auch was so... So unwahrscheinlich ist das nicht. Mario Kart 9 ist tatsächlich was. Ich freue mich schon und sie werden Mario Kart 9 erstmal, egal wann sie es anzeigen werden, sie werden es nur teasen. Und es wird nur ein Motorengeräusch oder so geben. Und ich weiß, alle werden ausrasten. Alle werden ausrasten. Ja, aber bei Animal Crossing bricht halt alles in sich zusammen. Allerdings kann es auch sein, man muss ja einfach nur gucken, wann man diese Spiele bringt. Alles direkt das Feuer so zu zerschießen ist ein bisschen blöd. Ich kann mir auch vorstellen, Animal Crossing wartet noch ein Jahr und dann Frühjahr nächsten Jahres. Glaube ich auch. Animal Crossing, also da bin ich halt gespannt, was sie machen, weil ich glaube, sie waren selber so ein bisschen überrascht davon. Weil Animal Crossing wurde eigentlich, das war immer so ein, ich will nicht sagen Geheimtipp, aber das war immer so ein spezieller Part von Nintendo und eine eigene Community für sich. Die haben halt von Corona profitiert. Ja, genau, richtig. Und dadurch sind so viele Leute in diese Franchise gekommen, dass sie sich jetzt glaube ich auch denken, Animal Crossing ist vermutlich doch eine stärkere Marke, als sie gedacht haben. Ich meine, es gibt mittlerweile Animal Crossing Lego. Ja. Und ich will wieder eine Animal Crossing Switch. Ich liebe die. Ah ja, die war sehr schön. Die haben auch schon noch ein bisschen länger warten müssen. Die war sehr schön. Die kam ja auch direkt zum Release zu Animal Crossing. Ja, aber wenn Release Release ist, dann ... Ja, okay, dann nicht. Ja. Long story short, Nintendo wird halt in den nächsten Monaten uns Step-by-Step Sachen zeigen oder zeigen, ungewollt zeigen, weil was geleakt wurde. Ich glaube nicht, dass sie bis Ende des Jahres alles komplett geheim halten können. Ähm, deswegen freue ich mich einfach auf die nächsten Monate voller Leaks und guck. Ja, ja. Ich bin ... Eine Sache, worüber wir gar nicht gesprochen haben, weil es ja auch immer ... Weil es ja mittlerweile sehr losgekoppelt von Nintendo ist. Ähm, Pokémon. Jetzt, ich wollte doch das Thema mal beenden. Ach so. Es ist zu viel, weil ... Okay, okay, wir beenden das Thema an der Stelle. Ja, Pokémon hat dieses Jahr keinen Hauptableger, deswegen kommt Ende des Jahres ein Pokémon Direct und da kommt auch da was. Aber ich sage dir, das Pokémon-Spiel für jetzt, das kommt noch auf der normalen Switch fertig. So, da hast du dann ein Weihnachtssiedel, über den ihr beide nämlich nachgedacht habt, was der Weihnachtssiedel ist, nirgends Pokémon. Ist Pokémon, ja. So, Ende. Storyline beendet. Dankeschön. Tschüss. Aber drüber geht. Mehr hätte ich auch nicht dazu gesagt. noch mal ganz�..? ... ... ...